Neugierde Stark und selbstbewusst Naja und doch, wie so oft im Leben, schien das alles nur ein weiter Traum zu sein Oder doch nicht An diesem Tag bekam ich mein erstes Paar Boxhandschuhe Von diesem Moment an wollte ich sie nie wieder ausziehen Und das hat sich bis heute nicht verändert